Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed 18 Rivals. 18? Ich glaube 18 war es. Rivals. Wir brauchen jetzt noch einen Interceptor. Da waren wir stehen geblieben. Und zwar Gold. Natürliche Auslese. Wie ein Schuss. Wir versuchen es einfach mal. Mal sehen was passiert. Ob uns hier das Rennen jetzt jedes Mal wieder abkackt, abgebrochen wird. Oder welche tolle Dinge hier noch auf uns warten. Zum Beispiel dass das Spiel abschmiert. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Officer, Meldung, Kontakt zu Racer. Aufmerksamkeit. Einheit in Code 3, fordert Unterstückung an. Achtung, Achtung, Achtung in Code 3. Verstärkung, Racer. Alle Einheiten, Unterstützung, Leipzig. So, wer immer schön wenigstens einholen könnte. Begüent. Achtung, Achtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Huh, see it does. Betrieb, 1 Kommandoposten. Ja, es hat gezählt. Zum Glück ist ja hier etwas zum Reparieren. Ich fahre natürlich erstmal voll drüber. Zweimal durchfahren geht nicht. Doch. Ich dachte jetzt schon. Achso, falls ihr übrigens hier mal so ein bisschen verstimmelte Musik im Hintergrund hört. Ich nutze hier, nein, ich nutze hier die Beta-Funktion von YouTube, dass wenn mir hier ein Video irgendwo gesperrt wird, weil die Rechte von einem Lied halt so sind, dass es in einigen Ländern ein gesperrt ist, das Video in anderen nicht. Dann lasse ich diese Stelle stumm schalten. So, das müsste eigentlich darauf hinauslaufen, dass das Lied total zerkrumpelt und nicht mehr erkennbar ist. Dass meine Stimme eigentlich aber noch erkennbar sein sollte. So viel zur Theorie. Bei der Praxis sieht sowas natürlich immer ganz anders aus, deswegen nicht wundern, wenn es an einigen Stellen dann so ein bisschen komisch klingt. Das ist genau deswegen, weil ein Video sonst an einigen Stellen gesperrt wäre und das ist ja ein bisschen blöd. So. Haben wir abgeschafft. Äh, haben wir geschafft. Haben wir abgeliefert. 43.000 ist doch schön. Rank up. Neue Technologie und neue Kern. Ein Stuttgarter. Wird wohl ein Porsche sein. Ach, der Carrera GT. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Es hat keinen Zweck, wegzulaufen. Äh, sechs Nitro-Seiten-Slams. Okay, wird ein bisschen knifflig. Die Regeln gelten nicht mehr. Mit EMP und Nagelband, das habe ich beides nicht. Wir sind überall. EFS und Ramshoff. Joa, die beiden Sachen haben wir. Dann wird es wohl das hier werden. So, Wagen wechseln. So, wir haben jetzt den da. Äh, sieh, sieh und drei. Hm. Ne, der ist besser. Der ist tatsächlich besser. Na, sowas. So, Garage verlassen. Wir können ja mal ein... Ne, nicht Schnellansatz, sondern ein Hot Pursuit. So. Da ist Silber. Da ist Gold. Da ist Gold. Das haben wir auch. Hier ist noch was. Gucke mal hier. Demolierungskolonne. Schön. Die nehmen wir. Schön, schön, schön. Verhaft den Racer, bevor sie das Rennen beenden. Und weg sind sie. Weggemorft. Dägh. Geh, gah. Dägh. Dägh. Achtung, sicher nicht auf der Straße. Verleicht die Kapitänze aufschalten. Oh, wie? Ich hole die kaum ein. Gibt es ja ja nicht. Ah, scheiße, das war gar keiner. Mist. Die Kontrollen haben die Verdächtigen wiedergefunden. Wir müssen uns hinein und fahren. Na, kriege ich wohl offenbar einen verhaftet? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ja nicht. Wir müssen noch dran. Die Strafung aufgenommen und besiedigt. Achtung, 45. Gesile verhaftet. Ich grüße der Racer wieder hinzu. Ich gehe wieder ran. Achtung, Offizier ist Grund 3, der Verdächtigen ist Racer. Nahe Einheiten, die Strafung bleibt. Mist, die haben beide nicht gezählt. Ach, scheiße. Die dicht muss man da noch ran. Ja, okay, die haben gewonnen. Einen habe ich. So, das machen wir gleich nochmal. Weil das war einmal richtig schlecht. So richtig, richtig schlecht. So richtig, richtig schlecht. Ich bin sicher. Ja, okay. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, alles gut Jetzt müsste gleich die Linkskurve kommen Noo! Und noch? Jetzt kommt die Linkskurve. Ich kippe die Ozarzone noch und war trotzdem vorbei. Ich kippe die Linkskurve. Ich kippe die. 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 Ich sollte doch mal auf den Bildschirm gucken, wenn man hier durch die Gegend fährt. Und nicht woanders hin. So, was haben wir denn hier noch? 63.000 ist mal schön. So, hier war da noch irgendwas. What Pursuit? Genau hier, hier unten. Ohne Ausreden. Mit drei Sternen. Ob ich da eine Chance habe? Schauen wir mal. Ohne Ausreden. Ohne Ausreden. Ohne Ausreden. Ohne Ausreden. Ah, einer ist schon noch gehaftet. Noch ein gehaftet. Ohne Ausreden. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, den hab ich auch gleich hier Also muss man anstupsen hier Sehr schön So muss das Gold bei drei Sternen Hervorragend Wo ist denn der nächste Kommandoposten Gar nicht mal so dicht in der Nähe So muss man anstupsen hier 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 Achso, hier ist er ja schon. Ah, hier. Okay. So, sehr schön. Dann haben wir das ja auch erledigt. Was haben wir denn als nächstes für Aufgaben? Also erstmal muss er laden, natürlich. Ist ja die Lieblingstätigkeit von diesem Spiel. 51.000, schön. Rang erhöht. Neuer Wagen und so weiter und so fort. Ah, ein McLaren. Wer ist es diesmal? Den MP4-12C, den hatten wir ja schon, aber genau der ist es. Geladen und entsichert. 100.000 und einzeln. Ne, 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 ne. Ja, wunderbar. Ne, dann nehmen wir wieder Enforcer. Geladen und entsichert. Gut. Und dann gucken wir uns die Aufgaben, die wir noch machen müssen. Nächstes Video an. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis gleich. Bis gleich.